Was geht, Leute? Heute machen wir Part 3 von Einmal nach den Schärfsten in der Welt. Ich schütte mir schon mal die Milch ein. Aber das wird sowas von brennen. Ich weiß es jetzt schon. Ich würde sagen, ja, lasst ein Like und ein Abo da. Let's go! Ich dachte, es bricht durch. Ja, okay, ich habe gelacht. Let's go. Let's go! Also lecker sind sie. Ach, die brennen aber. Weiter geht's mit dem Video. Okay, weiter. Let's go! Was war denn das für eine Aktion? Okay, Nummer zwei. Okay, es geht weiter. Okay, ich habe gelacht. Das ist überhaupt gar nicht schärf. Da mache ich direkt noch einen zweiten. Let's go! Doch, jetzt kommt die Schärfe. Okay, ich bin jetzt da. Und dann geht's da. und dann wird das für ein kleiert. um das zu, wie lockst da droit ist. was sei, wenn was war. Ich bin jetzt bei uns demiş smoke, Und dann wir da.